Kunst spiegelt, bewegt und setzt Ursachen. Schön, dass du hier bist. Auf Hashtag KKL Kunst, Kultur, Literatur. Du findest hier ganz viel Spannendes und Interessantes genau zu diesen Themen. Ja, wenn es gefällt, lass uns deinen Daumen hoch hier, abonniere den Kanal und wenn du selbst Kunst und Literatur erschaffend bist, dann achte auf unsere Ausschreibung.